Vor gut einem Jahr, im November 2018, schwappte die Klimahysterie eines Mädchens über den Tellerrand des kleinen Schwedens in die Welt, erfasste die sperrige Botschaft des Pappschilds vor dem Stockholmer Reichstag, Skolstreck für Klimadet, den Globus mit dem ihr zu eigengemachten Alarmismus, die Geburtsstunde der heiligen Gretel, der apokalyptischen Reiterin des Weltuntergangs, der mystischen Seherin des Nordens, dem neuen goldenen Kalb der gegenwärtigen Zivilisation ward geschehen. Aus Skolstreck wurde Fridays for Future, aus der anfangs gedachten Selbstbehandlung depressiver Verstimmungen bei Minderjährigen wurde eine globale Bewegung renidenter Schulschwänzer. Die Apostel dieser Katastrophenbewegung waren rasch gefunden, denn eingeimpfte Angst ist ein hervorragender Magnet so manch populistischer Bewegung. In das geistige Vakuum unserer Orientierungs-, Geist- und herkunftslosen Gesellschaft implementierte sich exakt 50 Jahre nach 1968 eine neue Befreiungsarmee mit klarer politischer Agenda, der sich die gesamte Menschheit unterzuordnen hat. Weltweit versammeln sich die Eliten, die Medien, die Wirtschaft, die Schauspieler, die Künstler und selbst Kirchen hinter der Anführerin der nahen Zöpferldiktatur und verkünden im Namen nicht des Herrn, sondern des Klimas, den neuen Buritanismus, den Rückbau menschlichen Genies und Erfindungsgeistes, den verordneten Eingriff ins individuelle Leben. Das Glaubensmantra ist die Einschränkung der persönlichen Freiheit zugunsten der abstrakten Besänftigung des Klimas. Jede noch so geringe Wetterkapriole, jeder Wechsel der Jahreszeiten, jedes Hochwasser, jeder gelegte Waldbrand ist dem Klimawandel geschuldet, dient als Argumentation für weitreichende Maßnahmen, ist Brandbeschleuniger der Hysterie für eine neue, politisch korrekte Zentral- und Planwirtschaft. CO2-Steuern, Ernährungsregeln, zentralistische Landwirtschaft, Bevormundung, Entmündigung, das Ende des Individualverkehrs, Verkehrsabgaben, CO2-neutraler Atomstrom, die Diktatur der Grünen Innen. Aber diese Maßnahmen sind nur die vordergründig verkündete Obertür für die wahre Absicht, das Grande Finale. Die Bewältigung der aus dem verkündeten Klimawandel verursachten Klimaflüchtlinge, von denen es aktuell 500 Millionen und dank fulminanter Geburtenraten ländenstarker Menschen täglich tausende mehr gibt. Und hier sind wir bereits bei der Lüge dieser neuen populistischen Bewegung, bei der eigentlichen Mutlosigkeit, bei der gezielt unterdrückten Wahrheit. Wenn der von Gretl und ihren Anhängern beschworene Klimawandel menschgemacht ist, stellt sich die Frage, wie die Welt den Anstieg auf knapp 8 Milliarden Bürgern bei gleichbleibenden Ressourcen überhaupt aushält. Wie diese Umwelt auf 10, auf 15 Milliarden Menschen reagiert. Die Antwort darauf wäre eine sofortige Einschränkung des Anstiegs der Weltbevölkerung, gerade in bevölkerungsreichen Regionen. Aber das passt nicht ins linksideologische Konzept der Ökotheoristen, der GrünInnen, nicht in die politische Agenda Gretls und ihren ökonomischen Unterstützern, deren Glaubenswahrheit das Wachstum ist und sei es auch nur das eigene Bankkonto. Denn diese leben von der Angst. Und die Angst kann nur bei einer Nichtbehebung des Problems aufrechterhalten werden.